Ich bin Karin Ongel von der Firma Ongel. Heute möchte ich euch unser abgeschlossenes Projekt, den Wohnpark Schwachau-Sehrstraße, präsentieren. Ich bin Karin Ongel von der Firma. Ich bin Karin Ongel von der Firma. Das Wichtigste auf der Baustelle ist das Team. Das Wichtigste auf der Baustelle ist das Team. Das Wichtigste auf der Baustelle ist das Team.